hallo ihr lieben heute habe ich ein video für euch wo ich wieder sei vergieße wo ich so ein bisschen mal mit einer dunkleren farbe das ausprobiere ein bisschen richtung marmorier effekt gehe und das wollte ich euch so ein bisschen zeigen euch noch mal ein bisschen was zum sei vergießen erzählen was man so machen kann was ich bisher so ausprobiert habe und es gibt ja so unglaublich viel was man da auch machen kann und ich finde es halt auch eine total schöne sache was man eben auch mit kindern machen kann ja das muss auch geschmolzen werden ich mache es immer in der mikrowelle und aber da ist halt alles erlaubt letztendlich und ich glaube mit eltern macht sich das tatsache sehr sehr schön ich bin erwachsen genug ich darf das auch alleine und genau hier habe ich jetzt erstmal nur die duft richtung rausgesucht was ich mir so vorstellen kann es sollte ein bisschen fruchtiger werden zwischen orange apfel zitrone also alles so ein bisschen und habe wieder die glycerin seife und auch scheer butter mit aloe vera was ich nur eine ganz schöne mischung finde die andere sorte war ja alle gegangen also nur die scheer butter und dadurch habe ich jetzt eben so eine mischung ich finde sie tatsache sehr angenehm aufgrund dessen weil sie halt auch sehr sanft eben zu den händen umgeht bin ja relativ sensibel was so meine haut angeht und da habe ich gedacht das wäre doch mal eine kombi die ich gerne mal ausprobieren möchte dann habe ich zwei becher ich nutze auch vereinzelt immer so eine pappbecher ich würde aber empfehlen aufgrund dessen einfach weil wir schon pappbecher kaputt gegangen sind und ich dann meine mikrowelle schön putzen durfte das halt becher genommen werden die halt auch mikrowellen geeignet sind ich habe jetzt hier einen so einen härteren plastik becher und silikon becher da hat mir gerade das wort gefehlt und also mit den beiden arbeite ich eigentlich am liebsten und ihr seht schon den unterschied das glycerin ist transparent also ich habe mich bewusst dafür entschieden dass es transparent ist und dann das andere die scheer butter und die aloe vera die sind halt so weiß gehalten und ich schmelze ist wie gesagt im in der mikrowelle es dauert auch nicht lange vielleicht 20 sekunden und dann ist das ganze auch schon also in dieser masse wie es immer mache ich mache es ja immer mit relativ kleinen mengen und dann mache ich farbe rein und auch den duftstoff wie gesagt diesmal sollte es ein bisschen fruchtiger sein aufgrund dessen weil ich halt wusste dass diejenigen die es bekommen sollen halt schon ein bisschen mehr den fruchtigen geruch mögen ich schaue immer dass es nicht extrem duftet aufgrund dessen weil ich selber sehr sehr empfindlich bin was gerüche angeht es gibt ja immer so extreme parfüms die zum beispiel gar nicht kann da kriege ich unheimlich schnell kopfschmerzen aber das muss jeder für sich selber entscheiden da gibt es ja ganz viele möglichkeiten mal mehr mal weniger und da mag auch der eine das mehr der andere das und dadurch man kann auch den duft komplett weglassen also ist überhaupt nicht pflicht man gießt das ja eben auch in formen wo man dann findet dass die unheimlich schön dann ist und wie gesagt hier ist es meine hamster hand ich liebe diese form ihr habt sie schon öfter gesehen das tut mir leid ich liebe sie einfach sehr ich habe es vor zwei jahren glaube ich habe ich im piercing studio die hamster hand als piercing schmuck mir ausgesucht und seitdem liebe ich diese form diese diese art der hamster hand halt sehr und gieße halt dementsprechend unheimlich gerne ich habe halt auch zum beispiel untersetzer aus epoxid hat schon damit gemacht mit einer hamster hand form und für mich halt etwas was ich halt unheimlich gerne mag als art aber wie gesagt da gibt es auch ganz viele andere mein erstes video habe ich zum beispiel das war ja ein diy kit aus der führbar wenn ich daran denke verlinke ich euch nochmal ansonsten gerne nachfragen falls ihr es nicht findet das war ja eines meiner ersten bastel videos die ich hochgeladen habe und da waren vier formen mit bei eben auch diese rosa form wo das kleeblatt drin ist und das war für mich halten ausprobieren habe ich viele fehler auch gemacht weil ich zu ungeduldig war also da unbedingt auch immer schauen dass ihr das ganze ein bisschen wenn die eine schicht kalt geworden ist erst dann weiter zu machen wenn ihr so eine schichten haben wollt wenn ihr natürlich alles durcheinander mischen wollt dann ist das auch okay ist auch eine schöne art und aber da wie gesagt da entscheidet das gerne selber für euch und ich habe jetzt also dementsprechend viele viele kleine schichten gemacht und hatte auch so ein bisschen den gedanken das ganze mit so eine art marmorier effekt irgendwie hinzubekommen es ist nicht hundertprozentig gelungen aber ich finde die sind sehr sehr schön geworden ich habe auch diesmal mit meiner geduld viel viel besser handeln können und genau während ich jetzt schneide und schmelze falls euch mein kanal gerne fällt gerne abonnieren hinterlasst mir auch gerne einen kommentar ich freue mich immer sehr falls darauf fragen sind ich helfe euch da gerne wenn ich kann oder gibt einen tipp was vielleicht möglich ist und dann verlinke ich euch falls ihr da irgendwie infos braucht wo ich was herbekommen habe verlinke ich euch sehr gerne auch fragt gerne hinterlasst mir einen daumen nach oben ich freue mich gerade immer sehr wenn welche abonnieren oder ähnliches wenn da einfach so eine gewisse gemeinschaft entsteht und dann eben auch geschaut wird dass man sich unten untereinander vielleicht auch helfen kann wie gesagt falls ich irgendwas auch ausprobieren soll sagt mir gerne bescheid ich probiere es gerne ich bin kein profi aber ich probiere unheimlich gerne neue sachen aus habe wie gesagt auch schon ein paar sachen die ich gerne ausprobieren möchte im moment ist meine zeit manchmal nicht ganz so gut ausgeprägt aber ich hoffe dass ich da natürlich wieder ein bisschen mehr zeit für habe deswegen sind es aktuell oft videos die ich schon eine weile da habe das tut mir leid dass dann nicht ganz so viel neues kommt aber es wird auch wieder was neues kommen ich habe jetzt auch schon was ganz neues wo ich dachte probieren wir auch mal aus und da bin ich jetzt dran und wie gesagt bei wünschen dürft ihr es gerne reinschreiben dann gucke ich mal dass ich das auch mache ja und ansonsten kann man bei seife gießen ganz ganz viel machen man kann eben wirklich viele dürfte nutzen man kann viele farben nutzen viele formen da gibt es so viele möglichkeiten und ich pass immer auf dass meine formen dann natürlich auch sauber sind ich nutze die form mehr für unterschiedliche techniken und dadurch habe ich eben halt auch schon die form für andere sachen genutzt habe ja auch zum beispiel schon falls ihr das noch nicht gesehen haben sollt zum beispiel so eine badebomben hergestellt die ich halt auch echt schön finde man kann sie natürlich auch kaufen ich nutze also wenn glaube ich würde ich mir die wahrscheinlich wieder bei der führbar kaufen oder seifen waren heißen die glaube ich jetzt ich war lange nicht da gewesen weil ich halt selbst noch einiges da hatte aber diese badebomben sind von denen unheimlich toll sie machen sie auch immer so jahresbedingt im winter zu weihnachten machen sie schneemänner oder andere sachen und oder teilweise auch mit blüten drin also unheimlich tolle hochwertige sachen die sie da machen und nein ich bekomme dafür kein geld ich mag den laden nur sehr gerne und der ist bei mir einfach in der nähe wo ich halt auch immer mal vorbeikomme und dadurch habe ich eine chance da einfach mal vorbeizufahren ja ich habe mich dann spontan entschieden noch mal mehr zu machen statt nur zwei und habe dann gedacht mensch das probiere ich jetzt noch mal aus habe wie gesagt die farben nicht komplett vermischt also falls ihr wissen wollt wie das mit dem marmorier effekt ist ich habe es wirklich reingetropft und ganz vorsichtig umgerührt so dass die farben sich nicht komplett miteinander vermischen sondern halt nur so ein bisschen und dementsprechend war das dann eben mal eine neue möglichkeit ich finde das ergebnis tatsache sehr schön geworden werdet ihr auch zum schluss sehen ich hole die aus der form raus wenn sie als richtig durch gehärtet beziehungsweise abgekühlt waren und ich habe sie als ein bisschen fester schon waren damit ich sie beim tragen nicht kaputt mache habe ich sie auch im kühlschrank gestellt damit es schneller geht wie gesagt geduld ist nicht meine stärke und genau also dadurch probiert euch da auch gerne mal aus ich lasse euch einfach mal zuschauen wie ich so mache damit ihr nicht die ganze zeit mein gequatsche hören muss ja ja Vielen Dank. So, ihr seht schon, ich habe ganz vorsichtig geschwenkt und also so, dass die Farbe sich nicht komplett miteinander vermischt und dadurch finde ich das Ergebnis eigentlich sehr, sehr schön geworden. Hier seht ihr jetzt das Ergebnis und wie gesagt, ich finde die echt schön geworden. Und hier auch das Marmorierte. So, und die sind auch schön groß geworden, also dass man da auch was in der Hand hat. Und hier sind mehrere Schichten. Ich finde die echt schön geworden, dass da so mehrere verschiedene Facetten halt auch da sind. Und ja, ich packe die übrigens immer in so eine Frischhaltefolie dann ein, damit man mit da nicht so viel kaputt geht und ein bisschen der Duft auch drinnen bleibt. Und genau, also probiert das da gerne mal aus damit. Es gibt auch direkt so eine Folientüten, aber die habe ich jetzt nicht mehr daheim. Hier ist so ein bisschen vermischt, aber das war so ein Stück weit Absicht. Also da ist nicht, dass ich halt keine Geduld hatte, sondern das war dann einfach so ein bisschen beabsichtigt. Und hier war ja wirklich alles sehr, naja, vermischt gar nicht mal. Aber wie gesagt, das war so ein bisschen dieser Versuch der Marmoriertechnik. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!